Ich glaube die brennen. Oh, die fängt manchmal an zu brennen, da musst du aufpassen. Ja, ist da heiß, wenn der Lauf zu heißen. Der Kolben ist heiß. Wer macht jetzt? Ich bin dran, wenn David vorher dran war. Das müsstest du jetzt aber auch langsam gelernt haben. Ja, hab ich gehört. Das klingt gleich sehr. Äh, ich weiß nicht. So, letzte Runde muss ich dann jetzt essen. Okay, deine Anstrengung. Burger von H4. Halal? Halal? Nee. Äh, ja, ich glaube Halal. Oh, ich bin tot. Halal, du lau. Ich bin auch tot. Killcam sehen. Meine Güte, wenn ich eher reagiere, hab ich ihn fast getötet. Der Schildbank. Nochmal dahin oder abrufen. Hä? Feind gesichtet. So, jetzt mal. Hey, wie viele Leute sind hier? Meine Güte. Oben. Einer noch hinter der Tür. Ja. Doppelschrotflinte. Erster Schuss. Schildbank am anderen down. Ist egal, was er hat. So, prima. Das hat er denn. Ihr habt schon wieder vor dem Rotz. Das wird ein Panzerschreck. Ach, hör auf ey. Geh mal weg ey. oolaufschrotflinte. Das ist der. Das ist der. Ich hab mich jetzt sicher, wie viele Leute hier noch sind. Aber da haben wir gleich mal Oben. Ich hab noch vier. drei leute das Okay, dann habe ich hier K.O. am Prison an der Seite Nein, kommen wir gleich Das ist das hier Das ist das hier Ich komme jetzt von unten hoch Hier ist Munition hier im Nebenhaus Oh Gott Das ist ganz falsch, der noch mit ihm hier hat Ich werfe eine Splittergranate Ja, mach mal Okay, jetzt habe ich da hingelegt Ja, ich bin noch mit meiner Herzen wie dich geworfen Das ist ja dort Perfekt, ich habe mir die Auto falsch geloatet Dann nehme ich nochmal Geist mit Wo lang wollen wir, Jungs? Ja, wo fanns Prison? Am Prison an? Oben ein paar machen Prison? Ja, klar, klar Ja Dann so viele überall Ich bin noch mal Warte, bitte Irgendwo bin ich dringetreten Ah, okay Scheiße bin ich schlau, Scheiße, Baby Ich bin die Scheiße getreten Das ist deine Mine Unten sind die Wacht draußen Unten sind die Wacht draußen Ja Einer ist unten im Keller noch unten drin Der ist auf jeden Fall hier lang gehört Geist schlau Geist klasse Der kann ja nur in dem Tunnel Und am Plättchen Da war er Da war er innen gerade bei mir Ja, das war der bestimmt Der hier in den Rand Ja, hier liegen Platten Oh, klasse Ja, stimmt, stimmt Gibt's hier auch noch, oder? Der hat 10 Meter, hier ist ja einer Ich glaube, hier ist noch einer Ja Der geht unten lang Oder? Hä? 4,5 Meter So Was machen wir unten lang? Wollen wir einfach unten durch die Tonne gehen? 12 Meter Ja, können wir machen Auf den Auftrag gescheitert Die Zeit ist doch Ich denke nicht, dass jetzt Kontroll nur inner ist irgendwie Hat der noch eine Maske mit? Hat der noch eine Maske mit? Gar nicht Nein Normalerie Ah, links ist auch kein Schock Ja Kann mal kurz gucken, wo wir lang gehen Platten habe ich noch Kann man uns noch irgendwo decken? Hier vielleicht decken? Kannst du vielleicht noch 1-2 entfernen? Ja, das decken ist scheiße, oder? Von oben, wenn man so angreifbar ist Ja, da ist gerade hin auf der Dieken hoch Hier sieht's noch ruhig aus Von oben auf passen Von oben auf passen Das wäre ich gar nicht so schlecht in das Haus da vorne gehen Und diese Hütte da waren ja alle bei der Dieken hoch Guck mal da oben K.O. Auch hier nach Da landet noch hier nach K.O. Oben auf dem Land, äh, genau Dach, danke Achtung! Verbündeter Präzisionsrufschlag im Anschluss Perfekt Aber die Hütte da vorne ist Gute Idee Ja Ja Äh, tot, oder? Der da? Stark, stark, stark Boah, vielleicht hier unten einfach warten? Ah, an der Hütte ist schon ganz geil Guck mal Glück haben, move die Zone her Geh mal oben rein Ja, war unten leid Oh, komm, mach mal schauen Hier ist noch ne Maske Guck mal drauf passen Oh ja, das geil Ja, shit Aber wir können hier an der Mauer hier vorne bleiben Theoretisch, dann Das ist nicht ganz optimal Ja Das ist nicht ganz optimal Von der Uni so übel eigentlich Viele am Leben, ne Der kommt zu uns Da Da Na gut Hab ich ja Gut Äh, schon mal die Stellung wechseln Ich mach mal hier ein Stück an der Seite Das ist ja Ja Das ist ja noch welche Äh, das sind direkt noch welche Nehmen wir am Eckhaus Hier um Habt ihr noch Munition? Hm? Ja, warte Hier Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ich hab, ich hab Munitionsgruppe Ich muss nicht gleich werfen Alles gut Ah ja, ich werfe Ja, ich bleib hier Voll, erstmal nicht schlecht hier Das Gas kommt 56 Meter Zu oben Die sind tendenziell eher links anstatt rechts Die falten sich da an der Ecke hoch Ja Ich versuch hier irgendwie noch abzukämpfen Falls hier von rechts noch was kommt Hab ja Geist sogar Stimmt, halt auch Aber du darfst nicht in der Hocke bleiben, ne Du musst, glaub ich, dich immer so ein bisschen wehren Da oben auf der Deacon, rechts hier Ungefähr Ich seh dich Ah Oh, da kommt doch Ja, da hab ich mich gesehen Oh, Leute Ah, jetzt hab der Sturmfahrt jetzt Äh, hab ich eh schon gesehen Den musst du jetzt schießen Sonst hätte er mich weggesniped So ein bisschen rechts gehen vielleicht Hier oben ist auch immer Genau, auf dem rechten Ping Genau 34 Meter Zwei Leute da, angezeigt Ja, da sind alle, die falten sich da alle Ich seh ihn nicht Ach oben Ich seh ihn auch Fuck, hab mich gesehen Oh, Bro Shit, shit, shit Richtig scheiß, warum falten die sie irgendwie nehmen? Ich bin nicht mehr in meiner Zunge, was war Ich bin nicht mehr in meiner Zunge Ich bin nicht mehr in meiner Zunge, was war Möller Das Gas breitet sich aus Ich habe eine Schraubwörter Das Gas kommt, es geht zu stark in die Zone hier ging es 2 gerade hier wiederbelebt die sind hier irgendwo bei mir drinne glaube ich ja die sind hier bei mir ja was kommt ganz stark gespielt taktischer sieg meister weißt du bühnen 56 na gut na gut ist aber eine schöne hunde mal wieder mit der urlaub vor dem kassel im allerhöchsten falle denn